Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem der wahrscheinlich schlimmsten Level, die Overcocked für uns zur Verfügung stellt. Hier geht's um Flöße, wir haben es in der letzten Folge ja schon mal angeguckt. Hallo Gorilla, bist du bereit? Ich? Nein. Wenn du so fragst, bin ich bereit. Also bei dem Level habe ich auch so das Gefühl, das wird ein Desaster. Wir machen es ganz organisiert. Wo bin ich? Ich muss rüber. Ja. Der hätte natürlich eine Bohne mitnehmen können. Das interessiert mich. Warum habe ich denn hier Holz? Brauchen wir Holz? Ja, vielleicht um den... Ach. Ne, ich wüsste nicht, wofür wir Holz brauchen. Ich brauche Wurst. Wurst, schneiden Sie mir Wurst. Du hattest mir gerade auch ein Fleisch rübergegeben, warum auch immer. Ja, weil wir auch Fleisch brauchen. Ein zweites Gericht. Also für mich ist Wurst das erste Gericht. Du hast die Wurst sogar direkt drauf geworfen. Und jetzt hast du das Fleisch direkt drauf geworfen. Ach, dafür brauchen wir auch Holz diesmal. Ja, wenn es so ist... Warum denn einfach? Boah, das stresst mich jetzt schon an das Level, ne? Boah, ne. Hier, ähm, schnibbel die mir bitte. Ich brauche noch ein Holz, das werfe ich jetzt auch rüber. Ja, also das Werfen ist Kacke, weil ich treffe deine Pfannen. Na ja, stimmt. Na ja, das hat... Können wir gleich vom vorne anfangen. Weil das schoppen wir jetzt schon nicht. Weil das kann ich nicht verkaufen. Müssen wir gleich vom vorne anfangen. Ja, lass brennen. Ja, wie können wir das denn machen? Denn wenn ich dir da rüberwerfe... Also das schaffe ich nicht, dass ich dir das so gezielt noch in die Ecke werfe und dann auch noch gut treffe und alles. Ja, ich weiß. Ne, 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 ne. Wie kann ich dir das machen? Aber wenn ich es dir hier drauflege und du dir das abholst, ist auch Kacke. Weil da müssten wir wirklich perfekt ineinander arbeiten. Und das schaffen wir beiden Vollidioten ja eh nicht. Das kannst du doch jetzt verkaufen, oder? Verkaufen wir überhaupt? Achso, in der Mitte ja. Alles klar. Geht das auch von hinten oder muss er von vorne dran? Ne, geht von hinten, ne. Ja, das mit dem Werfen oder... Ich weiß es nicht. Also wir sollten mit Holz anfangen. Ja. Und zwar Pfanne für Pfanne. Das heißt, wir bauen nicht alles gleichzeitig, sondern ein Holz, Wurst. Ich schicke dir in der Zwischenzeit die Bohnen rüber. Dass vielleicht eine Chance besteht, dass ich dir das vernünftig vielleicht doch raufwerfen kann. Aber dass wir eben aufpassen, dass immer nur ein Gericht sozusagen in der Pfanne ist. Dass wir nicht Gefahr laufen, dass wir die vermischen. Was hältst du davon? Sollen wir das mal so versuchen? Immer nur ein Gericht machen? Ja, also wir müssen das Zweite immer gut in Vorbereitung haben. Aber wenn ich dir das da rüber werfe, dann treffe ich mit Sicherheit die falsche Pfanne. Weil guck mal, wenn ich hier oben wirklich hier einfange und hier rüber, ich treffe, siehst du? Ich treffe automatisch die zweite Pfanne. Ja. Die untere. Ja. Warte mal. Das ist halt sehr gefährlich. Warte mal, ich will was ausprobieren. Oder jeder macht ein Gericht komplett selber, aber das ist auch scheiße. Guck mal, wenn du vom dritten aus bist, dann kommst du nicht so weit. Du verlangst viel von mir. Immer nur vom dritten werfen. Oh. Versuch's nochmal. Ja. Ja, dann kommst du rüber, aber nicht zu weit. Ja. Also drei ist es, weil vier ist. Test mal eben bitte vier. Ja, vier. Wird getestet. Eins, zwei, drei, vier. Ist schon grenzwertig, ne? Also zwischen drei und vier ist gut. Drei ist noch okay, vor drei ist gefährlich, weil Klippe. Ja, ja. Tschüss, Alter, alles hier ins Wasser, ihr Bitches. Ja, probieren wir nochmal, ne? Hier, Pfanne, komm auch weg. Ja, tschüss, Pfanne. Scheiß Pfanne hier. Schmeiß mal die andere Pfanne auch weg. Kacke hier. Weg damit. Im Rotz hier. Aber der Vorteil ist, äh, die Pfanne, äh, kommt wieder. Siehste? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Eins haben wir jetzt geschafft, oder? Ja, ich denke, die Nies 150 werden wir auf jeden Fall minus drei Sterne haben, ja. Oh, guck mal, wie traurig die sind. Oh, hör mal, Kering, guck dir mal diese Vollidioten an. Die haben ja nicht ein einziges Richtigen gekriegt. Gott, was habe ich da wieder für Vollidioten eingestellt. Puff. Hoffentlich schwang die nochmal von vorne an die Volldepp. Auf jeden Fall. Ich habe mal auf B gedrückt für Neustart. Und dann wollen wir doch mal gucken, was geht. Ja. Ich gebe dir übrigens die volle Kontrolle, ne? Okay. Das ist lieb von dir. Ich denke, ich schicke dir mal eine Bohne rüber. Ja, zwei Konserven bitte. Von mir kriegst du als erstes mal ein Stück Holz, weil ohne Holz nix los. Und dann musst du mir eine, meine Wurst knabbern. So. Was kann ich dir noch geben? Ähm, ein Ei. Ei? Vorsicht, genau. Dann musst du mir das hier schneiden. Und dann, genau, noch ein Ei. Hast du sehr gut gemacht. Und dann brauchst du mit Sicherheit noch eine Konferenz. Warte mal, ich verliere gerade alles hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Overcocked. Naja, ja. Das nächste ist Wurst, Ei, Bohne. Du hast Fleisch, Ei? Ich brauche noch eine Wurst. Ja, 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 ja. Hä, ich habe dir noch eine Wurst zugeworfen. Ich habe dir auch eine zurückgeworfen. Hier ist die Wurst. Ah, und ich brauche Holz. Genau. Oh, der war gut. Dann brauche ich nochmal Holz. Und dann brauche ich einmal Fleisch und einmal Wurst. Fleisch hast du. Wurst hast du. Alles klar. Hier ist Wurst. Entschuldigung, ich habe sie dir gleich auf die Pfanne geworfen, die Wurst. Ah, der muss sagen, das war extra. Ja, natürlich. Wenn es richtig ist, war es extra. Was kannst du gebrauchen? Bohne? Ne, hast du? Ei? Bohne und Ei. Du hast eine Bohne stehen, ne? Neben dem Fleisch. Oh, du hast recht. Ja, dann nur ein Ei erstmal. Super. Knapp vor die Pfanne. Kann ich dir irgendwas schneiden? Zum Zweifel gibt es immer Holz. Ja, ja, ich brauche auf jeden Fall Holz sogar. Ein Holz, kriege ich sogar noch ein Holz von mir. Pfeffer einfach. Sehr Pfeffer. Und dann brauche ich das hier geschnitten. Einmal Holz für dich. Und das hier brauche ich noch geschnitten. Ja, einmal Fleisch auf dem... Scheiße. Das ist, wenn wir uns entgegenlaufen müssen. Alles gut, alles gut. Ich habe es mir noch geholt. Ich gebe dir jetzt eine Wurst und danach kümmere ich mich sofort um Holz. Ne, noch wichtiger. Ich brauche gar kein Holz. Ich brauche Teller. Äh, ja, klar. Und ein Ei. Äh, ja. Okay, ich hole mir das Ei eben selber. Du wäscht. Ja, besser, ich wasche mir den Fuß. Ach, fuck my life, ey. Oh, nee. Der nimmt die Teller einzeln. Hier, ich brauche... Hol dich mal ab. Schneid mir bitte. Hm. Boah, ich blicke gar nicht durch, was ich hier sagen soll. Oder sagen möchte. Ich brauche einmal Fleisch und einmal Wurst. Hier ist Fleisch. Ja, die Wurst brauche ich. Hier ist ein Teller. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so unser Level. Ne, das packt mir ein bisschen nach der Wurst. Ich brauche noch ein, äh, Ei. Ei? Mehr schaffen wir eh nicht. Ne, 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 wir haben auch ganz ein bisschen langsam. Oh Gott, eine Scheiße hier. Ja, du rödelt da hinten ganz gut, ne? Ich wüsste nicht, wie ich dich jetzt hier auch immer unterstützen soll, ne? Also meins geht. Aber einen Stern haben wir. Ey, ey, soll man noch versuchen? Ja, einmal versuchen wir noch, komm. Ja, andere haben wir so oft versucht, dann können wir das auch noch ein. Ja, ist recht, ist recht. Ich versuche, versuchen wir noch einmal. Bitte, wieder holen. Soll ich versuchen, dir die Ansage zu machen? Kriegst du das hin? Wenn ich dir sage, was wir brauchen? Boah, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht läuft es richtig gut, vielleicht voll das Desaster. Holz? Dann schreit es mich einfach einmal an. Das erste Gericht ist mit Bohne. Werf, werf. Aua. Dann brauche ich einmal, äh, Wurst. Eine Holz, Wasser gefallen. Ah, ich drehe durch. Ich komme nicht dran. Er ist. Oh, Respekt. Ja, danke. Ähm, Bohnefleisch, genau. Bohnewurst. Hier ist das zweite Mal Holz. Ja, das ist scheiße, ne? Ich werfe dich ab und das ist auch kacke. Wirf. Ähm, das nächste ist mit Ei. Ich werfe dir jetzt als erstes die Wurst drüber. Nein, mache ich nicht. Hier ist ein Ei für das zweite Gericht. Der ist doch behindert. Der ist doch. Habe ich dir gerade eine fertige Wurst drüber geworfen? Hier ist eine, ne, ne, ne. Ne, wir haben das voll im Griff. Wir sind da super. Ohne, ich brauche Bohnen. Bohnen. Fleisch gebrauchen, Bohnen kommt. Holz. Au. Ja. Das muss da oben rein, da muss da Bohne rein. Bitte sehr, Holz. In die Hand geworfen. Wo sind wir gerade? Fleisch, 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 Fleisch. Was ist so? Fleisch. Ein Essen ist fertig. Einmal Essen ist fertig. Ich kann aber gar nicht rein. Und das geschnittene Fleisch ist, äh, und das Ei. Eine Wurst. Das nächste Gericht ist Wurst, Ei, Fleisch. Scheiße, wieder daneben geworfen. Fick die Hände. Ne, das ist ein Scheißleiter. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Das Gericht ist für den Arsch, weil das Ei ist da reingeflogen. Weil vor lauter Hektik habe ich die Drei-Stufen-Regel nicht verstanden. Das wird nix, ne? Ich komme, wir starten nochmal neu. Okay, einmal noch. Einmal noch. Und dann ist auch die Folge. Ich kann aber auch nicht reden, ne? Ne, das ist super kacke. Einmal Holz. Einmal Wurst. Einmal Fleisch. Einmal Holz. Einmal Wurst. Einmal Holz. Einmal Wurst. Ich unten immer, du oben immer, ja? So, in das zweite Gericht oben muss rein. Bohne und Ei. Wurst, Bohne, Ei. Wurst, Bohne, Ei. Wurst, Bohne, Ei. Einmal Holz. Einmal Holz. Einmal Fleisch. Einmal Holz. Einmal Holz. Und einmal Fleisch. Sehr gut. Sehr gut. Hat man das dann noch geschafft. Ich brauche ein Ei. Ja, das kommt. Schade, dass du nur eins hast. Da ist dein Ei. Als nächstes Gericht brauchen wir Holz. Das habe ich. Fleisch, Wurst. Also Fleisch und Wurst. Nicht Fleischwurst. Als erstes kommt die Wurst. Bitte sehr. Und dann brauchst du noch Bohnen und Ei. Hier ist die Fleisch. Hier ist die Ei. Die Ei. Als nächstes brauche ich Holz. Wurst. Holz. Ich bin gerade so langweilig, einfach weil ich überhaupt nicht klarkomme. Konzentrier dich. Ist okay. Das muss jeder verstehen. Nicht abwerfen, bitte. Das ist, weil dann drückt. Nein. Konzentrier dich jetzt mal. Alter Affe. Wenn du mich abwerfst, dann versaust du auch die Reihenfolge. Ich brauche Bohnen. Sind unterwegs. Danach kannst du hier für mich waschen. Ich habe schon mal rübergebracht. Die Bohnen gehen. Wir sind zu langsam. Irgendwas stimmt da nicht. Wir brauchen Fleisch und Wurst. Wer ist mir hin? Ich wasche weiter. Ja. Die musst du jetzt aber schnell fertig kriegen, Digga. Das wird nichts mehr. Das wackelt ja schon. Wurst. Ja. Fleisch. Das ist nicht schlimm. Wir haben das noch einmal. Wurst und Ei. Oh nein. Oh nein. Wurst. Wenn du da hinten machst. Ach komm. Lass uns ertrinken. Scheiß Level. Ich will das nicht mehr spielen. Das ist doof. Ich hasse das. Fickte Scheiß Level. Mann. Ne. Also. Auch bei solchen Anweisungen. Das muss alles ganz präzise. Ich weiß ja nicht, was du da hinten machst. Und das war für mich ja schon mal sinnvoll. Ich weiß es aber nicht. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was ich hier tue. Hauptsache du bist schuld. So. Ja. Dann haben wir doch wieder voller Panik ein Scheiß Level mit einem Stern. Das müssen wir doch mal bei Zeiten irgendwann machen. Vielleicht außerhalb der Nachnahme. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr dazu. Das ist doof. Gut. Bevor wir uns weiter aufregen, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dieses Video gefallen hat. Denn dann, lass mal gleich einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Overcocked 2. Die DLCs. Ich bedanke mich bei Gorilla. Und euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht es gut bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.